Suchleisten-Plugins sind sehr praktisch. Sie sind sowas ähnliches wie Bookmarks, aber man kann schon gleich mit Ihnen anfangen zu suchen. Auch Bytool hat ein Suchleisten-Plugin für Web-Broser. Und der Suchleisten-Plugin, den kann man installieren, indem man hier im Header-Bereich auf Suchleisten-Plugin klickt. Sofort verwenden, hinzufügen und schon ist der Plugin oben im Web-Broser vorhanden. Jetzt kann man mal eine ganz andere Internetseite besuchen. Wir gehen auf NTV und jetzt sind wir auf einer Internetseite, die jetzt mit Bytool nichts zu tun hat. Und man sieht hier oben den Suchleisten-Plugin von Bytool. Und jetzt wollen wir mal nach Werkzeug suchen, HZ-Werkzeug. Und schon sind wir wieder auf Bytool. Und gefunden hatten wir 1037 Treffer mit dem Suchbegriff HZ-Werkzeug. Und so ist es ganz einfach, etwas zu finden, auch wenn man gar nicht gerade auf Bytool ist. Dann schnauss ich jetzt hier